hallo herzlich willkommen zurück zu einem weiteren daily von the binding of isaac heute wieder mit mir eurem cyrus und dass die leute mit mit der lost schauen wir wie weit wir diesmal kommen lost ja ziemliche ja gut schon mal ein paar bomben sicher wenn ich ihn dann treffe hallo ach ja ja zumindest kann man ihn dann einfach selber also er sich selbst töten also zwei bomben ein schlüsselchen und weiter geht's ja jetzt machen wir noch nicht so viel schaden am anfang ich glaube schon dass das der darkroom ist sieht man jetzt hier nicht naja das ist ja noch in ordnung hier am anfang ist es ja doch eher human dauert einfach nur ein bisschen schauen wir mal was von beidem also was rasch oder hasch ja diesmal schaffen oder ob überhaupt zu oft klappt natürlich muss er da unbedingt ins feuer springen so da ist ein tinted rock erspähen meine augen aha noch ein tinted rock machen wir doch gleich mal sparen wir uns ein bisschen zeit ein graues herzeinglück mit lost super graue herzen gibt nichts besseres vielleicht noch das kann ja interessant werden an sich ganz cool bei manchen bossen ist das so eine sache zumindest hat man kostenlose bomben das nehmen wir mal zwei schlüssel schau ob da vielleicht haben wir einen black market nein ach herr je verzeihung nach den vogel naja gut besser als nichts haben wir denn mit epic fetus ist das so eine sache kann man jetzt nicht unbedingt aufladen also weiter geht es relativ schnell aufgeladen sehr schön ach so naja dann halt nicht so hier können wir uns schön machen wir die da unten machen wir die hier dann geht es doch wieder ein bisschen um das ist ein bisschen nah jetzt dann geht es ein bisschen schneller tank man hier ist jetzt nicht so sinnvoll gibt es hier irgendwo da oben gibt es einen leiter die leiter ist jetzt nicht so interessant schon eher die können wir uns aber nicht leisten so vielleicht gibt es hier noch ein crawl space traptor geld spinnen nix ja ein graues herz naja weiter geht es so jetzt haben wir den schon mal weg naja vier minuten haben wir jetzt gebraucht müssen wir uns jetzt ein bisschen ran halten sonst wird das wieder mal nix naja besser als nix könnte besser sein na das hat ja gut geklappt immer diese plötzlichen bewegungen so jetzt haben wir gleich hier drei schlüsselräume bevor ich jetzt was falsches nehme muss ich mal kurz was nachschauen ach das capricorn naja das ist zumindest gibt es jeweils einen schlüssel eine bumme und einen key äh einer münze und wir sehen verdammt heiß aus naja das kann ich jetzt nicht machen weil es völlig holy mantle auch wenn ich bekannt für solche äh für solche wagnisse bin aber ne diesmal diesmal nicht pheromones so jetzt können wir hier gucken unsere deckung können wir aufgeben ja jetzt wäre sowas wie pheromaniac oh noch ein crawlspace pheromaniac wäre super oder ein black market stattdessen nur sowas ahaha naja das ist achso das ist eine franz das ist eine bombe naja denke ich hier lasse ich mal auf jeden fall liegen das ist eine bombe die die gegner quasi ablenkt um das mal zu demonstrieren bleiben die gegner dort statt bei mir so naja können wir vielleicht das bald wieder machen doch ja ähm teuer Herz können wir jetzt nicht so gebrauchen, aber es ist zumindest ein Weg zu Gapi und wir haben das Messerchen, das uns beschützt und gegen angreift, zum Beispiel ein gutes Dial gegen DeMum. Naja, die Klappe. Das Gerdi ist doch gar nicht so schlecht. Ich dachte, das braucht länger, um sich aufzubauen, aber ja, das geht ja quasi sofort los. Schnell raus. Oh, wir haben ein Secret. Sehr schön. Machen wir jetzt mal den da. Lack ab. Jetzt schauen wir mal hier weiter. Oh ja, 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 ja. So, hier haben wir eine Karte zusammen. Sehr gut. Oh, wir müssen runter erstmal und dann wieder hoch. Schnell durch da. Vielleicht gibt es da was. Was gibt es denn da? Aha. Schade. Das hatte ich mir besser vorgestellt. Aber so geht es. Was haben wir hier? The Empress. Oh, das war jetzt ein großer Radius. Puff. So. Jede Menge Schotter. Das heißt, wir können, wenn wir noch einen Schlüssel finden. Ah, vielen Dank. In den Shop. Ach Gott. Das ist ja riesig. So. Kannst du auch echt übertreiben. Troll-Bombe. So, wir müssen hier runter. Äh, ja. Wie wollte ich jetzt eigentlich nicht? Es war einfach so eine Reaktion. Naja, egal. Äh, reusable evil. Äh, das ist schade. Cooles Item. Wenn man Herzen hat. Wenn man auch sich schwarz generieren könnte. Nachverdammt. Jetzt, äh, muss ich aufpassen. So, also, ähm, kaufen wir uns vielleicht einen Schlüssel einfach. Ja. Ich vergesse leider immer, was dieser blöde Umwand, also dieses Tuch da macht. Da. So, man kann zwei Karten, zwei Pillen und zwei Runen tragen. Mit sich rumtragen. Ach, warum nicht? Und, äh, das nehmen wir auch gleich noch. Ein bisschen neue Zeug. Warum nicht? Gucken wir mal, was hier drin ist. Das ist ein Monstro. Das wollen wir nicht unbedingt. Und, äh, das ist, achso, oh, ja, das nehmen wir auch. The Halo. Mehr Speed und so weiter. Und jetzt speeden wir mal, hoppala, da hoch. Durch die uns bekannten Räume. Oh, ja, soviel dazu. Ja, so. Oh, da ist eine Karte. Die kann man mitnehmen. Jetzt hier schön durchwechseln. Aha. Oh, eine Bumme. Sehr schön. Direkt rein hier zischt. Full Health. Oh. Ach, das hätte ich auch wissen können. Da ist noch einer. Äh, ist da jetzt irgendwas? Ja, da warum. Da ist bestimmt noch was. Sag ich ja. So, hold the herzen. Schade. Sag ich dabei noch rein. Aber das macht ja nix. So, hier bin ich mir sicher vor dem Unheil. Huch. Hoffentlich. Doch, nicht. So. Schlüsselchen. Sehr gut. Alle vier auf einen Streich. Sehr gut. So, das war Nummer eins. Sparen wir uns das. Na ja, sind wir noch schneller unterwegs. Ich glaube, das macht auch noch Stain. Oh je. So, HP ab. Yeah. Und sehr schön. Gleich noch ein Guppy-Item. Das ist tatsächlich der einzige Vorteil, den ich bei Lost sehe. Oder einer der Vorteile. Ich sag einfach mal, ich. Das ist also, ich. Man kann Devil Deals einfach so nehmen. Was war denn das jetzt? Schuss in den Ofen. So, fehlt uns was denn nun? Ach so. Ein blöder Blutschwamm da. Retrovision. Sehr schön. Ach. Ja, ja. Glück gehabt. Gucken wir mal, ob da noch ein Crawl Space irgendwo ist. Nein. Da unten gehen wir an. Ja, da könnten da Guppy-Item drin sein. Aber wenn wir da Schaden nehmen, sind wir am Arsch. Aber sowas von. Wir können höchstens schauen. Ob da vielleicht. Nein. Nix da. Ich wollte ja schauen, ob da möglicherweise ein Secret. der Raum sein könnte. Aber verflixt. Jetzt. Ah, geht doch. Ja. Hinfort. Oh. Ach, verdammter Mist. Na, das ist ja uncool. Das war knapp. Verdammt nochmal, die Spinne habe ich nicht gesehen. Tja. Es hätte ganz gut werden können. Hat nicht sein sollen. Ja, schön, dass ihr zugeschaut habt. Habt immer die Augen offen. Und in diesem Sinne. Macht's gut. Macht's besser. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ja.